Ich bedanke mich bei allen, die wie immer natürlich... Alter, macht mal das Feuerwerk aus, das ist so laut. Geht's bestimmt nicht mehr aus, weißt du, jetzt haben wir's für immer angemacht. So, wir müssen uns mal in einen anderen Raum verdrücken. Alter, man hört's hier auch noch auf dem Schloss, Dings, oh Gott. Wir müssen weg von diesem bösen Ort. So, jetzt hören wir's langsam nicht mehr, jetzt hören wir uns auch mal langsam wieder. Sehr schön. Ja, und wie gesagt, ich bedanke mich natürlich bei allen, die im Stream immer fleißig mitschauen, mitkommentieren, mitschreiben und mitfiebern und natürlich auch im Teamspeak. An alle Leute, die natürlich auch immer auf dem Server halt mitspielen und uns immer fleißig unterstützen. Und ja, an die Regie natürlich auch Special Sanks, wie immer. Und ich würde sagen, wir müssen mal gucken, wir werden wahrscheinlich morgen eine Runde Fußball drehen. Müssen wir mal sehen auf dem WM-Server. Seid auch da dabei, wir kündigen das morgen rechtzeitig an, wenn wir was machen sollten. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, lieber Game Over, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen, was? Ich überleg mir das gleich nochmal. Nein. Ja, von aus würde ich sagen, war wieder ein schöner Stream. Tolles Event und danke an alle natürlich, die, wie gesagt, im Teamspeak auch sind. Ihr seid, auch wenn ihr heute nicht reden wolltet, ihr seid natürlich immer willkommen. Und ja, gut, das war's von uns. Und diesmal brauche ich ja nicht entmüden, weil das möchte ja keiner was sagen. Gut, von aus würde ich sagen, bis zum nächsten Stream, Leute. Ciao.